So, meine Freunde des Gepflichten eSports, hier sind wir wieder. Mein Name ist LiquidTLONOT. Mit mir sind hier im Skype Jeffo, Ejective Farmer und Maximus White. Und wir machen ein kleines I Say in League of Legends. Zu viert. Zu viert. Zu viert. Gelegt euch. Es werden viele böse Worte fallen, deswegen via discretion is advised. Kinder, versucht das nicht zu Hause. Und an unseren ein einzigen Menschen, der hier in uns zuguckt, weil er Schlafstörungen hat. Hallo, willkommen. Er kriegt mehr Schlaf als ich. Ja, Max White, willst du uns kurz die Regeln erklären? Ja, also folgende Regeln, Leute. Ihr kennt ja die Stats oben, ja? Kills, Deaths, Assist. Die Zahl, die ihr da seht, ja? Den Betrag könnt ihr einkaufen. Sprich, habt ihr 1,0,0, könnt ihr für 100 einkaufen, okay? Habt ihr 1,10,0, könnt ihr für 1.100 einkaufen. So. Und wir beginnen nackt. Es wird nichts gekauft. Nada. Nichts. Nichts. Du hast ja auch keinen Kills, ne? Ich meine... Ja, genau. Du bist bei 0,0,0, also wird kein Geld ausgegeben, ne? Zweite Regel ist, ähm, Potions dürfen nur gekauft werden, äh, in dem Betrag, was du an Minion-Kills hast, ja? Also, hast du 50 Minion-Kills, darfst du zwei Potions kaufen, ne? Ne, nicht mal, Alter. Nicht mal, eine. Eine von mir. Also, das gilt für uns alle. GG. Ja, dann würde ich mal sagen, good luck, have fun. Ja. Und, äh, bis gleich. Tschüss. Ja. Oh, scheiße, ich darf hier nichts kaufen, fuck. Was geht, Schatz? Failed. Okay. Ah, ja. Oh Gott, ich brauch 4 Undead. Ich brauch 4 Kills. Nein, ich bin Kardos. Verpiss dich. Oh, Heimer geht runter, ja, GG. Oh, Mann. Okay. Nimm's noch auf, ja. Also, wenn ich jetzt 100 Tote hab, darf ich auch für 1000 kaufen, richtig? Richtig. Das hast du gut erkannt. Ja. So, komm, lass uns gemeinsam sterben. Juhu, da kannst du für 10 einkaufen. GG. Hahaha. Jedes Mal für 10 oder nur? Ne, wenn du 2 Mal hast, kannst du für 20 einkaufen. Okay. Also, da ist halt nicht in der Tower drin. Warte mal, lass dich mal in der Tower. The fuck? Da war was? Was ist los? Achso, du darfst jetzt für 10 Gold einkaufen. Toll, es gibt nichts für 10 Gold. Ach, was? Das ist doch fail. Hey, ich hab schon 480 Gold ohne was zu tun. Yeah. Ich darf nichts kaufen, Mann. Voll scheiße. Der Ezreal failed. Äh. Mein Geld. Nein, mein Mana. Der hat schon wirklich meine Arschhalle rasiert, wenn ich schwöre dir. Wir haben Ezreal und Leona, weißt du, wie scheiße stressig das wird, Mann. Joa. Ey, Jesus. Mein FPS, ja? Das sieht eigentlich relativ stable aus gerade. Okay, hört sich gut an. 30 FPS. Ich hab, glaub ich, Lock. Ah! Geh weg. Mist. Nein, nein, nein. Du Pelle. Finger weg von meinen Puppen. Ja, du musst die Minion-Kills holen. Sorry. Ja, schon. Hey, die haben Jungler. Ich bin ein NP. Endlich. Oh, Mann. Oh, das ist wie Dota, aber noch viel abgefuckter, Mann. Ohne Scheiß. Ja, übel. Boah, Alter, die Flamme gerade, Mann. Ich dachte, da ist gerade Skarner mit seinem Stachel, Mann. Nee, ich schwöre dir. Nee, der kommt zur Sport, denke ich. Ja, ich sag doch. Boah, die haben Jungler. Ich hab Angst. Nein! Ich brauch, ich brauch ja nicht mehr Geld, Alter. Ich würd eh instant sterben, Mann. Das ist einfach nur so fehl. Tja, so übel fehl. Der Karsten geht bald drauf. Ja, und? Hab ich für zehn mehr einkaufen? Von uns, bis auf, wer ist gerade was gekauft. Jeder hat die Regel verstanden. Oh, Gott. Das kann nur gut werden. Ich schwöre dir. Und was gibt's, wenn wir das gewinnen? Nix. Patsch auf den Bauch, Alter. Skarner war Mitte, geht hoch. Wie er den Kiel holen will. Alter. LOL. LOL. Ja. Das darf er was für. LOL. 120 Gold darf er ausgeben, der Faner. Für was denn? Weiß ich doch nicht. Der Bounce, 300. Oh, ja, zeig ich doch. Das ist alles so teuer. Für Schuhe brauche ich noch zwei Kills. Drei. Äh. Ich wurde getroffen. Hihi. Äh. Nee, ich komm zum Armen. Hello. Hello. Mach Piep. Mach Piep, man. Oh, passt. Oh, jeez. Ich geh nach Hause. Oh, ich hab nicht mal Potions. Hihi. Affe. Äh. Tja, nix ist. Ich brauchte auch Geld, Carlos. Au. Aua. Achtung, Achtung. Lass mich holen. Ja, kurz. Ah, da ist sie, Alter. Die kommt lustig ran. Oh, Gott. Was darf ich kaufen? Juhu. Für 10. Oh, so close, Alter. Die verkackte Hure. Wo ist unser Kartus, Mann? Für 120. Oh, wie viel? Nee, für 20, darf ich auch. Nee, für 10. Für 10, Leute. Beides mal. Ey, da kann ich ja gar nichts kaufen. Ey, ich weiß, was ist auch nichts. Geh mal zurück. Da war jemand. Hab's gesehen. Das wird so fehl, Leute. Ja, Mann. Mega. Und vor allem, weißt du, wie groß die LoL-Datei wird? Das wird mindestens in 60 Minuten gehen. Ja, das verstehe ich nicht. Ey, nee. Das hab ich jetzt nicht bedacht, wo ich dazu Ja gesagt hab. Ich kannte die Regel noch nicht mal. Oh, ich soll mich mal richtig hinsetzen hier. Ey, Schwein. Hihi. Ey, wie sparsam ich mit Managrad bin. Ey, blöder Turm. Au. Jesus. Hier geht auf ein D. Hat so wenig Magic Damage. Aua. Ey, jetzt geb ich Free Kills. Ja, das wird 10 mehr einkaufen. Ja, ich darf für 11. Das ist doch wild, Marco. Oh, ne Scheiße. Blöde Regeln. Das war eine behinderte Regel, Mann. Egal. GG. Alter, ich musste letztens vor. Maus entwickelt nicht als Darker spielen, Jo. Bleib doch da. Ja, und du hast auch noch gewonnen, du. Die ist doch abgehauen. Vielleicht gewinnen wir auch. Vielleicht gewinnen wir alle. Das ist oder Items. Also ich darf hier 101 einkaufen gehen. Dafür 121. Nein, die Minions zählen, Minions zählen, Minions zählen. Ach, stimmt. Und das ist nur für Potions und für Worts, Jo. Die Minions zählen nicht. Doch. Nur für Potions und Worts. Ja, du musst halt das Geld dafür haben und also Kills haben, ne? Wenn ein Kills hast, kannst du Worts kaufen, Jo. Wie viel Gold ich hab, Mann. Ich weiß nicht, so viel hatte ich noch nie. So viel hatte ich noch nie. Bleib dran, bleib dran. Ja, ja, klar. Lol. Äh, Ulti. Juuuuh. Die Schweine, Alter. NP, Mann. 122. Juhu. Assis bringt so gar nichts. Ich muss nicht mehr streich die 10. Wenn 10 Assis hast. Es bleibt dran. Kick, lieber Tower. Achso, 0. Ich hab kein Mana. Laufen, 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 laufen. Lauf. Oh, fail. Ich hab keinen Mana. Ach, scheiße, ich kann ja nicht kaufen. L's. Rako! Rako! Nein! Yes! Oh! Wurzelt erkannt. Oh, er hat doch Mana. Llew. Ich brauch noch zwei Kills, dann kann ich mir kleine Boots kaufen. Die kosten 3,50. Das weißt du, ne? Ich darf mir was für 21 kaufen. Alter, die haben Items, wir nicht. Ja, und die, der Mr. Beast. Ja, die haben so keine Chance. Das ist schon leicht fail, oder? Von denen. Jo. Pssst. Hey, jinx das nicht, Mann. Ohne Scheiß. Skarner dürfte jetzt bei dir vorbeikommen. Mir? Ja. Trauereien, laut Logik. Esri hat fällt voll in der Mitte. Der hat Items. Mhm. Oh, Gigi. Gute Nacht. LOL! Wie sie nicht gesetzt hat, den Ignite. Äh. Die hat keinen. Doch, die hat Ignite. Äh. Wie schnell, die hat Schuhe. Die läuft im Pilz. Oh. Was ist das da übrigens wie ein Pilz, Mann? Hä? Was ist das für ein Pilz da? Das ist, das ist der Panda-Skin von Timo. Achso, was soll das da sein? Was sagt ihr da beim Bambus? Da, ähm, Dingenskirchen ist es da. Das ist ein Reißtitel. Wie heißt das nun mal? Lauf! Ich tue's, Marco. Das war schön. Mit dir. Hey, mein Pilzlein. 110. Hm. Kaufe ich mir denn? Ah, ich kann rauskaufen, oder? Ich geh jetzt. 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 Ich kann ein Ward kaufen. Schaff mir Blue. Du gehst drauf, Alter. Du bist. Ich kann kein Ward kaufen. Ich hab nie genug Minions. Das kostet ein Ward, ne? Jo. Ja, ich kann Wards kaufen. Ey. Ward kostet 75. 75. 525 sind mit Oracle. 75. Oh Gott. Ich kann nicht mal ne Potion kaufen. Ich kann nur nix kaufen, Mann. Das ist scheiße. Ich brauch Schuhe. Ich brauch Miner, fuck. Ja, ich bin da. Lol. Ja, die gibt's auf. Komm schon. Yo, dudes. What up? Dudes. Keiner. Ja, Minions. Nein, Minions. Oh, beide geschillt. Unglaublich. Oh, Mitte. Mitte geht was. Ich muss ein Kill haben. 221. Ich bin so langsam. Ich auch. Ich hab nicht mal Schwul. Ich hab 2000. Laufen, 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 laufen. Laufen, laufen, laufen. Laufen, laufen. Ja. 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 Go. Aber schon Mid-Tower-Rücken, ne? Das ist klar. Ja. Yes. 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 7 HP Tower. Suck it. Suck it. Suck it deep and suck it long, motherfuckers. Ich bin so langsam. Ja. Da war was. Ich hab nur ein Blue. Oder? Mach mal jemand Blue mit mir. Schnell. Dann klau ich den Brust. Schwier dich von den Boots, Alter. Ich glaub, der ist real. Fühlt sich leicht getrollt. Wir haben alle nix, oder? Können wir nicht ohne? Oh, oh. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Wir wollen Blue, Glanz. Okay. Du willst Blue haben? Ja, ich will Blue haben. Ich brauch Blue. Okay. Guck mal, dass mein GIF nicht lastet hat. Ja, passt. Jetzt passt auf, Jungs. Jetzt passt auf. Passt auf. Entweder das geht horribly wrong, oder es wird mega gut. Yes. 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 Winning. Hallo, da sind zwei, ne? Gibt's da schon was? Oder wollen wir das komplett ohne Items durchziehen? Hol doch die Tuse. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh, nein. Der Blue. Oh, shit. Was kann ich mir jetzt kaufen? 300, 311, ja, ich kann, nein, 300, wie viel kosten Boots? 350. Fuck you. Oh Mann, das wird viel schwieriger als ich dachte. Ne? Ich brauch noch ein Kilo und zwei Deaths, dann, yes. Go Damage, aah. Nope. Oh, tschüss, Kasten. Das war schön mit dir. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Marco, ziehst du etwa auf die Zähne? Nope. Ich hoffe auch. Joop, geschützt. Ich hab so viel Geld. Ich auch, ich hab 3200, Mann. Ach so, ne, Kombi-Items auch, ne? Maximal, wisst ihr? Ja, war schon. Weißt du, die Preise, Kombi-Items. Ich brauch zwei Kills. Aber was natürlich geht, wenn ihr euch 3 Zauberhüte, zum Beispiel, oder 3 Stäbe kauft, oder 4 oder so. Das ist egal, ne? Wann ist die rein zufällig an dir? Ne, ne, Hauptsache, ja, Hauptsache, du bleibst unter, also das Item, was du vollständig machst. Bleib unter dem Limit. Ich bin da, ich bin da. Lola, ich war weg, ich war weg. Oh, jetzt die Hilfe. Nein. Ups, no. Also, ich hab noch kein Heal, nur so nebenbei. Ich brauch Mana, drauf geschissen auf Heal. Wenn ich sterbe, gebe ich, gibt's Geld. Mäh. 240. Nope. Ein Kill noch und ein Death. Wie viel darf ich jetzt? 341, das ist doch scheiße, Alter. Neun Gold. Neun Gold. Are you shitting me? 331, mh. Oh, noch 4 Tode, kann nicht gut stoppen gehen. Ja, Mann, ich brauch auch unbedingt die Zähnermarke bei den Deaths, Alter, ungescheiß. Das ist scheiße, so. Was hast du da hingelegt? Tofu? Really? Das Tofu kann man nur vergiften. Daran kann man nur sterben. Ja, GG. So, jetzt den Kollegen. Na! Schade, schade. Es ist... Toll. Toll, noch 8... Noch 8 HP, äh, noch 8... Noch 8 Gold. Oh, shit, ich muss... Aber zurücklaufen darf ich mich heilen, oder? Komm schon. Ja, klar. Das stand richtig außer Frage. Ich mein, 10 Assists und 10 Tone wären natürlich auch geil, ne? Also ich bin bei 6 und 5, also ich arbeite dran. Dort, we're right back, ne? Das ist uns scheißegal in dem Moment. Ich mein, wenn wir sterben, ist es gut. Wenn wir Kills kriegen, ist es gut. Wenn... Ja, das ist alles gut. Das ist echt gut. Troll-Team. Ja. Aber wir sind immer noch besser als die. Naja, also... Ja, ja. Ulti, das hat mir AP gegeben. Ich kann die Minutes doch noch töten. Yes! Loll, haut dabei. No! Was will ihr von mir? Mach keinen Schaden, Mann. Ich brauch Geld. Wir brauchen alle keinen Schaden. No, why? Go! Oh, Jesus. Stealer! Nein. Nein. GG. Ja, ob sie ist so lange da geflieben. Ich muss nach Hause. Ah, 2, 5, 8. Den einen Kill hätte ich dwingen müssen. Meeensch! Wie du mir noch 8 Taler brauchst. So mies. Es ist doch scheiße. Wir reden nur über die kleinen Boots, ne? Ja, klar. Ich hab 4.700 Gold oder sowas. Ja. Ich hab 4.70. Und ich hab immer noch kein Heal. 2, 5.000 Gold oder sowas. ... ... Aua! Ach, ich geh lieber sterben. Gib mir einen Assi, bitte. Go, go, go! Yes! Ja! 353! Yes! Jetzt hilf doch! Du darfst dir jetzt bis 353 Kosten kaufen, ja? Ja, endlich! Oder eins! Das reißen wir noch! Klar, wenn wir es mal kaufen können! Ja, ich brauche nur zwei Tode! Dann geht's ab! Wie viele Tode brauche ich noch? Fünf! Oh, noch vier Tode! Stimmt, dann bin ich auch vierstellig! Ja, let's go! Let's go! Und wenn ich jetzt noch vier Assists kriege, kann ich mir alles kaufen? Oh, da ist die Tose gewesen! Ich darf mir jetzt schon fast einen Pott kaufen! Oh, ich darf mich einkaufen! Jetzt ein bisschen sich! Nein! Oh! Ja, Tobi, gleich vorstürmt! Mit dem Klon! Oh! Ja! Oh! Irgendjemand muss ja vorgehen, Mann! Ohne Scheiß! Oh! Du willst doch eine Klonkunde voll haben! Ähm, ja! Hier! Let's go! Let's go! Let's go! Wartung, die Dingerküchensister, uuhh. Nein! Nuke them! Bitte, bitte, bitte! Ja! Nice! Ich brauch noch ein Tor! Ich brauch noch ein Tor! Ich kann mir jetzt alles bis 436 kaufen, ja? Äh, für die 163. Ja. Was kann ich bis 463 kaufen, ist die Frage. Da ist ein Lolliger drauf. Loll! Der auch! Ja! What the fuck? Ich will noch mal sterben, schnell! Hast du 5 Gehzer und 3 Fs? Komm her! Hol ihn dir, Tiger! Boah, Schuhe! Du Penner! Hier kommt noch gar nix! Ich hab 400.000, das hab ich, ja. Wie jetzt, Marco, ein Item oder mehrere Item zu 463? Mehrere. Ist egal. Limit ist halt das, was du grad als Statistiker hast. Ich geh hoch. Komm's hin? Ich wüsste hin! Wenn du eine 50 hast, kannst du 6 Paar Schuhe kaufen. Ah, ich komm nicht hin! 16 Sekunden noch, dann kann ich dich heilen, krieg ein Assi! Bittiii! Bittiii! You're not bad, Assi! SITUR! Ha ha ha, runter, runter, runter Cheryl, Huruaaaaaaaa! X3, du hast auch nicht gekauft... ...197 damit komm ich nicht weit! Ich hab 163 Lauf, 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 gift, gift, go, go Der ist down, lauf! Ja, ich darf einkaufen! 1107! Ich bin Gott! Scheiße, Schuh kostet 1000 Run! Run! Yes! Yes! Oh man, noch zwei Deaths Oh, das fehlt... 674 Darf ich jetzt kaufen? Schuhe kosten 650 Na, ich will Sorcerous, 57 Also nach 1 Kill, dann könnte ich es mir leisten Ich brauche 1 Kill, dann kann ich mir fast alles leisten Alles ist teuer Go go go, Timur, go! So, ich hab alles ausgegeben! Ich bin so gut! Das können wir nicht mehr verlieren 1 Kill oder 2 Assis Mund, ich bin Gott! Go go, rand da, rand da, rand da, rand da! Ich bin am Start! Oh Gott! Oh nein! Ja! Wir können! Go go! Ich bin ausgestattet! Laufen, 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 laufen! Lauf! Lauf! Komm schon, komm schon! Fünfer Boot! Fünfer! Das ist so gut! Oh, ich geh einkaufen! Be right back! Halt die Freize! Lauf, 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 lauf! So! Run! 784 darf ich jetzt einkaufen! Das ist gut! Also ich darf jetzt 11.110 einkaufen! Jo! Komm! Ist das so für euch abgenommen? Jo ja schon! Loll! Go team all run! Wie viel darf ich jetzt einkaufen? 784! Ouch! Ah, shit! Langweist! Das hat er alles! Ah, okay! Lauf, der ist da! Ich bin ja dienen gefehlt! Ich komm immer noch nix! 7-9-4-7! Go! Go! Yes! GG! So, ich kann ja zielen! Oh, shit! Schnell! Kacke! Schade, schade! Ich mag das! Ich hab gar nix! Oh, ne passen. Was so wenig Tode, Marco? Ich arbeite dran. Ja, ich supporte jetzt ein bisschen mit meiner Stattung hier. Oh, GG. Ich versuche, meinen Bot zu deffen. Go, Marco. Go, Marco. Ich bin nur so langsam. Wie, du hast keine Zwei, Stefan. Ich habe 274 Satz, Mann. Kannst du, ja, Tobi bist du am Start? Ich wollte eigentlich den Ezreal da oben haben, aber okay. Ich komme, ja. Oh, die Ehe ist da. Kommt zu mir, meine Kinder. Die Leona kommt zu euch. Wer, die Leona? Die Leona. Die Leona kommt. Die Leona grüßen. Was? Ja. Du bist die Olli. Oh, da haben wir die. Ja, das ist auch okay. Too much Burst. Ja, bis 7.000 einkaufen. So. Wie viel kann ich einkaufen jetzt? 8.000. 8.500. Yes. Winning. Oh, dir tut mir ja so leid. 4.4. 4.4. 5. Oh, noch zwei Tote. Ja, das passt doch. Fuck, immer noch. Kannst du lieber das Tiefen, no? Nada. Oh, shit. So. Was holen wir denn noch? Was holen wir denn noch? Der Ezreal ist pretty damn fucking feedant. Da müssen wir noch was machen. Alter, du blöder Steeler. Du blöde Ratte. Das war meine. Meins. Du bist so eine kleine Note, Carlos. So eine Meganutte. Ey, ich habe endlich meine Items, ja. Du Meganutte. Jetzt kann ich... Aber das ist auch nicht so weit. Los! Danke für den Slow. Wohin denn, mein Freund? Wohin denn? Ich stalk für den Sechsen. Oh, du Drecksack. Die Meganutte. Geh doch einfach ein Powerlaufen, Carlos. Ach, äh, Marko. Nope. Das ist Cheaten. Das war meine. Das war nur noch 5 Assists. Ja, GG. Ich glaube, du. Komm mit. Wo seid ihr? Wartet auf mich. Ich def mal Bot. Oh, du Sack. Oh, sorry. Fuck you, Alter. Ne, du bist halt den. Oh, das war so. Hier, krasse der Mana. Nein, lauf, Marco. Hinter uns ist die Diana. Ja, ja. Ja. Nur noch ein Tod, Alter. Bumsig euch alle. Oh, tot. So. Die Faktor. Kommt mal, Mitte. Sonst reißt die Tower, äh, reißt die Eve gleich die beiden Tower ein. Ja. Ja, einer reißt sie ein. Lol. Jupp. Dankeschön. So. 11, 11. Ich werde mal voll auf den Sack kriegen. Go, go. Ich kann immer noch nichts kaufen. 2, 9, 5 ist das mies. Ich muss zum den Herrnesten. Ah, ich hatte... Stell dich mal am Tower und Heil ihn. Tu was Sinnvolles. Ja, mach ich auch was. Du bist der. Fick dir denn? Naja. Okay, dann... Da! Ja, okay. Ja, Tobi ist dran. Jetzt habt ihr den. Gut. Dann schnapp ich mir mal einen Scanner, wenn es geht. Dammit, Alter! Oh Gott, zurück, zurück, Mitte. Kommt Leute, ich hab genug Geld, ich muss nur noch einmal sterben oder 4 Assists, scheiß drauf. Bitte Leute, bitte. Nice. Danke. Oh nein. Das war jetzt echt keine Aussicht. Ja, ihr Arschkinder mein, ohne scheiß der Turm. Ich krieg den Kill, ich krieg den Kill. Darauf geschossen auf den Turm. Ja, wir brauchen keinen Turm. M.A, magst Blue haben? Was denn? Blue. Gut. Äh, ne, ich brauch nur 3 Assists oder einen Tod. Wie vor? Kein Turmstern, Mann. Lass mich tanken, lass mich tanken, komm. Dann hol ich's mir mal. Ich will kurz anfangen. Die mal tanken. Ja, cool, wenn du hier bleibst, weil Assists brauch ich auch. WTF? Ja, ah, alles klar. Oben. Woaa! Greif den an! Du liebst mich! Wer ist der Drache? Das sollt sein. Taubler, Leute. Ach so, und? Ja! Lauf, 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 lauf! Ich bin gleich da! Ja, Arschloch, was jetzt? Weist try. Ich geh zurück. Zurück, oben. Shit! Oh, nicht aufgepasst. Der... GG! 2109! Beste! Fuck! Jetzt verlieren wir wegen Estrell, Alter. Unglaublich. Scheiß! Ach man! Jetzt, wo ich kaufen konnte. Guck, geh! Ich hatte 7000, Mann! Unglaublich, hä.